Jo, hallo, willkommen, mein Name ist Andi bei EP und ich bese es euch zurück zu Let's Play Broforce. In der letzten Folge haben wir die, ich glaube, dritte, ja zweite und dritte Level-Up geschlossen. Und ich würde mal sagen, wir machen diese C-Dingen hier. Dies ist ein geile Einsatz. Ein einzelner Bro birgt die Vorräte, die in falschen Hände geraten sind. Ich habe ein bisschen den Audio ein bisschen runter gestellt, weil ich doch merke, dass ich ein bisschen leise war in den letzten Folgen. Und ja, super, ich hasse jetzt mal nach passiert, wenn ich ein neues Spiel, Let's Play. Aber okay, äh, kann man nichts machen jetzt. Ich habe Bock noch mal die ganzen Folgen zu machen. So wie es aussieht, habe ich 13% abgeschlossen des Spiels. Und jetzt ist das Spiel verdammt leise, aber, welche ansehen? Das war mein Fernseher, jetzt hat es verdammt leise. Wenn ich einen In-Game-Sound gestellt habe. Oh, Ammo, okay. Ist auch. Okay. Ich glaube, ich bin ein bisschen schwieriger hier. Wahrscheinlich kann ich hier kein einziges Leben oder so aufsammeln. Was ist denn? Was ist denn hier noch? Gar nichts? Das ist eine blöde Ablenkung. Warte. Ich geh doch nicht nach oben, den normalen Weg. Hallo? Au! Ha! Ha! Wieso? Ach, hier kriege ich Dingsherr, ok. Die Steine gehen, die aber auch kaputt wurden. Was ist mit euch? Kann ich hier runterfallen? Kann ich da auch nicht ziehen, verdammt. Ich dachte, ich kann mir hier so einen Weg bauen oder so. Ach, da geht es weiter, ok. Warte. Ich werde jetzt mal die ganzen Steine in den Sput machen. Oh, ich kriege eine Granate da rein. Was war das? Das war das. Was ist das? Ich muss aufpassen, da darf keiner das jetzt mal flacken. Keine Bro sind da. Kein Leben kann ich irgendwo herkriegen anscheinend. Ich muss auf die ganzen Steine aufpassen, die sind da fein kommen anscheinend. Was ist das? Was ist das? Ähm, entschuldigung. Nein, nicht da. So, jetzt. Das ist Moni, ne? Nein, nicht da! Ja, ich kenn das Wort. Wie ist das? Ich will dich treffen. Aber so geht auch. Nein! Du musst immer Rambo spielen, ne? Die Umgebung hat ja alles explodiert. Was ist das? Das ist irgendwie überlebt, sehr gut. Wir essen. Wissen so wenig Blüte ablaufen, ne? Das muss das viel einfacher sein. Das Spiel ist ... Also, die Mission ist so ausgelegt. Und Granat oder Nutz und so, ne? Da wird... Oh! Im Vorbeck, so kann ich auch malen Vergangen. Vier... ...wier... 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 Da bin ich in Sicherheit, oder? Und nun? Nein, nein, das geht nicht. Dein Boot. Ja, ausgezeichnet. Und war da eine Flacke gerade? Nein. Nein, wollte ich nicht. Jawoll! Hohoho! Ammo-Crate unlocked. Ah, okay. Ich kann Sachen falsch halten dadurch. Gut. Ausgezeichnet. Kolossal. Da ist noch eine Mission. Bedrohungsmeter. Aprikose. Dies ist ein Geheimersatz. Einheitsabbrown und sein Geschick. Überwindet die feindliche Verteidigung und eliminiert ihren Anführer. Oh Gott. Wenn wir schon dabei sind. So, wieder mit Rambrow oder mit jemand anderen. Hey, wenn wir irgendwas freischalten können dadurch? Warum nicht? Also für die normalen Level nehme ich mal an. Oh Gott, mit ihm. Da muss ich aber sehr nah an meinen Gegner rangehen. Oh Gott. Guckst du in den? Amerika! Da muss ich mal ein Kampf. Da muss ich nur noch eine Granaden. Das ist ein Wurfdinger. Da muss ich ja nicht mehr überleben. Ich kann aber so sehr ein Checkballen. Ich habe sowieso nur ein Leben, oder? Was ist das denn? wie komme ich jetzt darüber ja okay danke aber trotzdem checkpoints durch ich hab überlebt warum hier spiel ich immer jemand anderen Ok. Ich glaube nicht. Doch nicht. Nicht schießen, nicht schießen, nicht schießen! Soll ich das machen? Ihr tut sich doch automatisch aktivieren, oder? Nein, ich hab's vergessen. 3, 2, 1,jo, go! He! He! He, 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 he! He, 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 he! Ich hab' es geschafft, aber da ist ein Checkpoint, das heißt ich land' immer hier. Hoffe ich doch. Mann, wie? Und nun? Und nun? Wie soll ich denn da rankommen? Das ist ein Move, den ich noch nicht kenne, oder was? Ab unten schon. Ich will gleich euch das Ding im Kopf machen, oder? What? Oh! Oh, blöder! Hier unten noch irgendwas. Okay, er lohnt. Ich bin ja Indiana Jones oder so. Mein Indiana Bronze. Wie soll ich denn da rüberkommen? Wie soll ich denn da rüberkommen? Jetzt muss ich direkt irgendwie so da rüber? Wie soll ich denn da rüberkommen? Ja, ich glaub so. Ich glaub so. Ha! Nein! Loser! Okay, das weiß ich nicht. Wenn's klappen würde. Ich glaub nicht, dass ich schon direkt. Warum klappt das jetzt nicht mehr? Ja, was ist das? Jetzt krieg ich manchmal das Ding gefasst. Komm ich da durch Anlauf oder so? Mal gucken. So ausprobieren. Mann! Nein! Jetzt am Teufel springt doch! Warum hab ich das nicht? Oh, nun? Wird auch schon wieder so aus, als ob ich das nicht schaffen können. Nein, ich muss mal unten. Ich kann einfach die Stacheln wegbremnen. Ich kann einfach die Stacheln wegbremsen. Da hat irgendwelche... Pfff! Oh mein... Oh Gott! Oh Gott! Das ist nicht so leicht, wie es aussieht. Du blöder! Ich dachte, er wird tot, Mann! Boah! So, das ist das Wiese am besten. Wenn es hier umgeht. Ich glaube, er wird bestimmt jetzt in welchem Gebiet hier weggeballert werden. Aber, okay. Mann, das gibt's doch nicht! Mann! Mann, weg doch! Boah! Ich kann den nicht so schnell erledigen. Nein! Kann ich so da rüberspringen? Wie kann ich das? Wie kann ich das? Aber ich muss sie nur töten! Für Amerika! Ja, das geht einfacher! Nein! Nein, da ist mein U-Schrauber! So, da ist sie! Ich hab die Flagge aktiviert, Mann! Welcher pissert? Letzten Moment an! Der schießt mich immer irgendwie kaputt! Oh mein Gott! Hier, was ist das? Alter! Vitamins Unlocked! Was? Was ist das denn schon wieder? Das ist Conan der Barbar! Das ist Conan der Brobar! Weiß nicht! Die Leute hier sehen nicht so aus wie wir! Sie sprechen anders und benehmen sich merkwürdig! Bros, wir müssen handeln! Natürlich! Wir machen Level 4 übrigens jetzt! Wir machen Level 4 übrigens jetzt! Hui! Erstmal ein 10-Wechsel! Ich dachte wir würden die ganze Zeit jetzt in so einen... Weiß ich gar nicht! Ich dachte vorher egal! Es war Karibik oder irgendwie so! Egal! Das Ziel ist gar gleiche! Guck mal da! Hm! C4! Wat? Was? Einfach alles hier töten! Irgendwie hat es geklappt hier durch zu kommen! Oh, da ist einer! Einfach ein Faustschlag! Oh! Oh! Da ist doch was an meinem Gesicht! Ah, da sind so Vitamine! Glaub ich! Was machen die? Ah, was machen die? Ah! Ja! Vielleicht macht die mich hier auch musikbar! Oder irgendwie sowas! Ja, tschau! Wie gibt's hier noch ohne zu sterben? Du bist der, der irgendwie... hier vermarktet oder was? Na, der kann! Das heißt, das Gebiet will sich dort! 29? Ist das so lange gedauert? Wir haben irgendwie viel Köln-Support! 3, 2, 1, Roll! 3, 2, 1, Roll! 3, 2, 1, Roll! Das heißt, 3, 2, 1, Roll! Ich glaube schon! Aber... Stimmt schon! Fies! Ist ok! Nein! Wär zu schön gewesen, oder? Oh, ich kann aufladen! Sehr gut! Da ist eine Flagge gewesen, ey! Ich dachte, ich kann da die ganze Zeit nur so kleine Schüsse abgehen! Was ist das? Ich muss jetzt sowas frei zugeben! Dann hab ich schon mal hier mit den Schülern eingehen! Was ist da! Ich hab Schilde! Ah! Eine unterbezahlte, übermächtige Sondereinheit wird das nix bringen. Ich werde ja ein Ablauf geben. Ich kann das nicht mehr machen. Er kann auch so schießen, ist gut. Ich habe noch keine Munitionskisten gefunden. Ist auch freigeschaltet. Lieg und Sieg. Das ist mein Zoll. Was ist das? Nein! Das ist mein Zoll. Das ist mein Zoll. Das ist mein Zoll. Bei der Ex-Fersur muss man nicht aufpassen, ob man sich selber getroffen will. Was ist das? Verdammt! 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 Hört ihr angerät." Irgendwann! ich bin mir ziemlich sicher Oh, Köpfe kann man auch abschießen, war ich gerade. Ich weiß, er ist irgendwie anders. Bro Calm, irgendwie sowas. Ich weiß nicht, wer mit dem seinen richten Namen ausspricht. Ist irgendwas zu kompliziert. Ich sage einfach, dass der Team ist. Ist irgendwas zuhause, was ich gerade nöss? Das geht schon. Das geht,桌zu? Bro Kaija. Ich muss jetzt in die Muldzone gelandet. Da ist ein Bro, jetzt hat sich auch wieder jemanden freigeschmeckt. Okay, das hat mir jetzt echt gelandet. Oh, du blöder. Außer neuer Gegenart oder was? Ich sollte aufpassen. Ich wollte weg. Die ganze Mission ist nochmal neu machen. Dreck. Ne, doch nicht. Okay, ist auch gut. Da sehe ich irgendwie nicht den Sinn hier so Checkpoints einzubauen. Oh, ich habe aber nur ein Leben. Toll. Nein. Mach das Spiel aber ein bisschen einfacher an. Oh, sehr gut. Das geht einfach nicht. Das ist immer schon, dass es den Standard geht. Das ist jetzt leidisch. Ah, das war schon. Oh, das war schon. Oh, das war schon. Ich mach nämlich auch ein bisschen. Da kann man es auch machen. Kann ich denn einsteigen oder so? Ah, langsam! Ich will ausprobieren, was das macht. Ein Bro, mein ich. Wer beinhaltet mich mal da hinten ab? Kann ich denn auch nicht? Hilfe! Oh, geil! Weg hier! Mögest du in den Explosionen draufgehen? Weg hier! Mögest du in den Explosionen draufgehen? Zwei erledigt, da treffe ich mich. Oh Gott! Oh, Gebiet 4 erledigt. Und dabei ist eine amerikanische Flagge weg. Alles getötet haben. Okay, dann... Kann ich den Part hier beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Let's play Grow Force! Ich bleibe letztlich viel zu schauen und sage Tschüss! Bis zur nächsten Folge!